The new center one-on-one special presented by BESS Car Wash. One-on-one. Herzlich willkommen zu unserem One-on-One der Automess Zürich. Als die WM-Königin Simon-Nickeli-Luder ist zurückgetreten, hat man sich aus der Schweiz gedacht, jetzt wartet eine Todesstrecke auf uns. Dann ist sie eine OL-Prinzessin aufgetaucht. 2014 hat sie an EM und WM jede Goldmedaille gewonnen. Heute ist sie bei uns. Ganz herzlich willkommen, Judith Widerst. Hallo. Hast du Leben mit dem Wort OL-Prinzessin? Ja, es klingt natürlich... Nein, es klingt sehr ungern. Nein, natürlich. Man wird da jetzt mit einem Resultat gemessen. Und dadurch ist es natürlich etwas... Ja, darf schon sein. Aber ich glaube, es braucht schon etwas mehr, dass man mich als Königin nennen kann. Über die Resultate wollen wir noch sprechen. Wenn man hier herum schaut, der Automess Zürich hat unglaublich Mühe, mich zurechtzufinden, weil es so gross ist, so chaotisch ist, so laut ist. Für dich als OL-Läuferin, du kannst solche Probleme nicht. Orientierungslosigkeit? Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin abgeholt worden. Von daher hat das Tiptop geklafft und ich habe sofort hergefunden. Nein, aber mir muss man schon eine Karte in die Hände geben und dann funktioniert das einwandfrei. Wenn ich irgendwo herfinden muss, ohne Karte, kann es doch auch mal schwierig werden. Also es macht dich wahnsinnig menschlich, oder? So wie uns normalen Menschen, die manchmal nicht wissen, welche durchgehen. Judith Weider und Auto, gibt es da eine Verbindung? Bist du ein Autofreak? Bist du jemand, der gerne schöne Autos hat? Oder ist es für dich Gebrauchsgegenstand? Es ist wirklich mehr Gebrauchsgegenstand. Es ist natürlich geäbig, mit dem Auto ins Training zu fahren, irgendwo möglichst auch gleich an den Wald, damit man lossecklen kann oder irgendwo an die Weg kämpfen. Ich selber habe aber kein Auto und von daher ist es momentan noch keine grosse Beziehung. Aber es wäre natürlich... Wenn der nötige Partner würde anklopfen, Autopartner könnte es eine Beziehung werden. Ja, das ist sicher so. Also wir werden nächstes Jahr auf Schweden gehen und dort ist ein Auto natürlich etwas Gebbiges und eigentlich etwas Nötiges und von daher ist es sicher ein Thema. Judith, wir haben wahnsinnig gelitten, als du anfangs August in der WM in Schottland in der Mixstaffel als Schlussläuferin auch gelitten hast. Man hat das Gefühl, es hätte irgendwo den Stecker auszogen. Rücken und Beine, nicht nur keine Kraft mehr, sondern viele Schmerzen. Was geht da im Kopf ab von einer mehrfachen Europameisterin und Weltmeisterin, die eine Medaille vor Augen hatte? Ja, das ist eine ganz schwierige Situation zu erklären. Also ich denke, das ist etwas, das ich nicht noch einmal erleben möchte und das ich irgendwie auch sehr wenig wahrnehmen kann. Also es war etwas, das ich sehr vergessen habe. Es ist nicht so, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, aber wirklich, wie ich mich gefühlt habe in dieser Situation. Das ist irgendwie so ein wenig ins Hintergrund gerückt. Aber natürlich, es ist nichts Schönes und ich habe genau gemerkt, ich kann einfach nicht. Ich habe mein Bein nicht mehr hochgebracht und dadurch wirklich einfach keine Kraft mehr können. Das war sehr happy in dieser Situation. Und dann bist du im Wald oder in den Städten herumgerannt, von Arztpraxis zu Arztpraxis, von Arzt zu Arzt. Wie schwierig ist so eine Zeit für einen Bewegungsmensch, der sich gewandert ist, den Alltag rauszugehen? Es war eine sehr schwierige Zeit. Ich konnte wirklich eineinhalb bis zwei Monate nichts trainieren, nichts bewegen in diesem Sinne und bin auch wirklich viel zu Hause gewesen und habe nichts gemerkt. Und dort fragt man sich manchmal schon, wie habe ich denn vorher zwei Mann am Tag trainieren können? Und keine Schmerzen? Genau. Und nichts gespürt und so. Aber dafür ist es umso schöner, wenn es nachher wieder funktioniert. Und ich hatte das Glück, dass ich eine medizinisch gute Unterstützung hatte. Einerseits vom Teamarzt, aber auch von meinem Chiropraktor und so weiter natürlich. Und so konnte ich nachher auch die Vorzug zurückfinden ins normale Training wieder. Wie nervig ist Judith weiter, wenn sie zu Hause rumhofft? Ja, da muss man mein Umfeld fragen. Nein, aber es ist sicher so, dass ich das Training brauche oder die Bewegung brauche. Aber ich bin nicht die Person, die wirklich trainieren muss. Also ich geniesse es auch mal, einfach nichts zu machen oder auch mal einen Wellenstag zu geniessen. Aber dann entscheide ich das selber. Und wenn es für mich entschieden wird im Sinne von der Gesundheit, ja, dann ist schon eine sehr gedrückte Judith am Start am Morgen. Weiss man mittlerweile, was die Ursache war von diesen Problemen? Ja, also ich habe einen eingeklemmten Wirbel gehabt und der hat sich blockiert und dadurch natürlich auch die Kraft im Bein nicht da gewesen. Ja, ich habe jetzt das aufgearbeitet, bin dran, auch wieder Kraft zu machen für den Rücken und zu stabilisieren und denke, ich bin auf einem guten Weg. Aber hat es in diesem Sinne nicht wahnsinnige Auswirkungen auf die Trainingsalltag, auf die Alltag als Privatperson? Nein, längerfristig wird es das hoffentlich nicht haben. Also das sicher, dass ich jetzt langsam ins Training wieder einsteigen, langsam aufbauen, auch Geduld habe, mit wirklich wieder zurück in die normale Trainingsmenge hineinkommen. Aber das ist auch eine Chance, weil ich vielleicht Sachen angehen kann, wo ich ein bisschen Schwäche habe, wo ich noch ein bisschen mehr investieren kann und denke, das wird mir dann auch wieder helfen, um weiterzukommen. Ja, ein sehr positives Zeichen war der Weltcup-Final in Arosa, wo du über Mittelstands Fünfte bist geworden, mit einem riesen Bock drin, für in Ihrer Sprache zu reden, zweieinhalb Minuten praktisch verloren oder über zwei Minuten. Aber nichtsdestotrotz dieser Fünftrang nach dieser längeren Pause, kannst du wirklich Hand aufs Herz, kannst du leben mit dem? Oder ist der Satz, sei zufrieden, sei es persönlich für die Medien gewesen? Nein, ich kann leben mit dem. Das ist wirklich ein guter Abschluss gewesen. Ich habe dort an diesem Weltcup wirklich etwas gebraucht, zu spüren, dass ich die Freude habe, dass ich die Passion immer noch kann, also dass das Feuer noch brennt und das habe ich definitiv an diesem Wettkampf gespüren und ich konnte dem Ziel sagen, ich habe das umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe. Und ja, mit dem darf man zufrieden sein, auch wenn das nicht ein Podest ist. Im Gegenteil, es war ein fünfter Rang, ich durfte auf dem Podest oder neben dem Podest und das ist natürlich umso besser. Weisst du, bei mir wäre ein fünfter Rang gut, aber wenn man Judith wieder heisst, wo hoch dekoriert ist, wann ist denn gut, gut genug? Für dich, für deine Summenfälle, für die Öffentlichkeit zähle eine Medaille wahrscheinlich, oder? Für die Öffentlichkeit zähle eine sehr feste Medaille, das ist ja so. Für mich selber zählt aber viel mehr der perfekt oder der gute Lauf. Ich strebe danach, eigentlich ohne Fehler zu laufen und auf einem möglichst hohen Tempo. Und dadurch ist natürlich eigentlich mehr das, was ich danach zähle und nicht eigentlich die Resultate. Weil die kann ich nicht selber beeinflussen. Also wenn ich nächstes Jahr am Start stehe, kann ich nicht sagen, ich gewinne die Medaille, sondern ich mache meinen perfekten, meinen guten Lauf und dann sehen wir, wie weit das reicht. Also wenn du einen perfekten Lauf hast, ohne gravierende Fehler und eine ist schneller, dann kannst du mit dem absolut leben. Ja, mit dem kann ich leben. Dann weiss ich, ich muss mehr trainieren. Noch mehr trainieren. Eine wichtige WKV im Juni ist die WKV in Tschechien und im August in Schweden. Jetzt stelle ich mir vor, Wald ist doch einfach Wald. Nein, das ist nicht so. Hat es grosse Unterschiede? Das sind sehr grosse Unterschiede. Also wenn wir zum Beispiel von der WM in Schweden reden, das ist ein Gelände, das sehr rupig ist. Also das heisst, es hat Steine, es hat Felsen, es hat aber auch ganz tiefe Böden, also das heisst viel Sümp, viel heite Stude. Wo man gescheiden nicht auf einem harten Boden ist, oft auch viel Wege zum Beispiel. Es kann sein, dass man eine Längendistanz an der Weltmeisterschaft hat keinen Weg sehen. Und ja, hier in Schweiz kannst du eigentlich selten sehen, dass du fünf Minuten keinen Weg sehst. In unseren Schweiz gibt es überall einen Feldweg oder einen Kiesweg. Zum Beispiel, genau. Und die nimmst du auch, wenn es geht, weil du schneller laufen kannst? Ja, weil natürlich der Boden hart ist und man ist auf einem harten Boden schneller und dann kann man die natürlich auch nutzen. Wollt ihr eine leichte Umwege, je nachdem, wenn du nicht allzu weit aufnimmst, weil du schneller laufen kannst? Genau, genau, ja. Eine WM ist in Schweden, da geht man dorthin. Man wird sich nicht einfach zu Hause vorbereiten, sondern man geht dorthin und trainieren und glaube nicht nur eine, zwei Wochen vorher. Also ist das über Monate? Bei mir wird es jetzt über Monate sein. Also ich gehe jetzt im Januar wieder auf Schweden und zwar für eine längere Zeit, dass ich wieder acht Monate dort wohnen und trainieren bei meinem schwedischen Klub. Und dadurch ist es natürlich eine lange Zeit. Ich habe acht Monate Zeit, um mich zu vorbereiten in einem ähnlichen Gelände. Es ist aber jetzt einmalig. Also ich habe das letztes Jahr oder vorletztes Jahr nicht gemacht. Ich habe gemerkt, ich brauche eine Änderung, ich brauche einen Wechsel und eine neue Herausforderung. Und ich muss mich noch spezifischer für das schwedische Gelände vorbereiten. Und darum ist es eigentlich der Wechsel. Macht das jede von den Favoritinnen? Nein, jetzt so acht Monate oben sein machen nicht. Macht sicher nicht jede. Es gibt viele, die zwischendurch mal mehrere Wochen gehen, auf Schweden oder Norwegen und trainieren mit ihren respektiven Clubs. Aber wirklich zu sagen, wir gehen acht Monate hoch. Da weiss jetzt niemand, der das so macht. Wollt ihr dementsprechend einen gewissen Vorteil erhofft? Genau. Also ich hoffe wirklich, dass ich dort im Gelände trainieren kann und auch gleich sagen kann, ich fühle mich zu Hause. Die EM in Tschechien ist aber gleich ein Thema für dich. Was hat das für Einfluss, wenn du in Schweden trainierst und dann die Tschechien die EM ist? Das wird halt rein vom Gelände her wieder ein Wechsel sein, weil die Tschechien hat wieder mehr diesen Herdboden, ist ein bisschen hügeliger. Du könntest Reisenführerin sein eigentlich für Wälder, oder? Ja, das wäre etwas. Europäische Wälder, wo sind die Unterschiede? Das könnten wir noch erfinden. Das wäre marktlich. Ja. Und darum muss ich natürlich schon dort in Schweden mich spezifisch auf die EM vorbereiten, aber die EM ist ein Schritt auf dem Weg an die WM und von dem her glaube ich, dass wir dort gut eingehen. Aber es ist unglaublich nach aufeinander. Juni, August ist, also ihr wisst jetzt, keine andere Sportart, wo eine EM und eine WM so nach aufeinander oben ist. Das ist ja so. Wir haben ein sehr toughes Programm, vor allem im Jahr, wo wir beide Wälder haben, also die EM und die WM. Aber ich bin zuversichtlich, ich habe auch letztes Jahr sehr gut gemeistert und mir passt es, wenn ich viel Wettkämpfe habe. Wenn ich weg bin und kann Wettkämpfe laufen, dann bringen wir die Wettkämpfe etwas, mit Wettkämpfe in Form zu kommen und die Gewohnheit wieder hinzubringen und von dem her. In Form kommen nicht nur körperlich, sondern auch mental. Was sagst du eigentlich den Kritiker, die man lesen konnte, die sagen, die Probleme sind unter anderem vielleicht konstant oder das Auf und Ab bei der Karriere von Judith wieder ist auch, weil sie das Superjahr 2014 nicht verarbeiten konnte. Das ist einfach so. Das kann ich so nicht bestätigen. Also ich denke, es hat jeder mit so einer Aussage sicher ein bisschen recht, in meinen Psychen oder mentalen. Das hat sehr grossen Einfluss und es hat auch bei mir einen grossen Einfluss. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es das war, was schlussendlich die Schmerzen verursacht hat. Weil Schmerzen, klar, können ja auch psychische Ursache sein. Aber wenn man schlicht und einfach Schmerzen hat, die einschränkt, ja, dann kann man da nicht wirklich nur sagen, dass es psychisch ist. Ein eingeklemmter Wirbel, das kann ja nicht psychisch verursacht sein. Der Druck der Öffentlichkeit wird wieder riesig sein. Wie gehst du mit dem Druck, der lechzt nach Medaillen? Sagst du dir selber auch, ich will bei diesen beiden Grossanlässen mit je drei Medaillen heimkommen? Ich habe sicher wieder hohe Ziele. Ich bin jemanden, der sich hohe Ziele setzt und das auch eigentlich will. Aber nein, also für mich ist wirklich, ich strebe nach dem guten Lauf. Und wenn ich mit dem eigentlich ins Ziel kommen kann, dann bin ich zufrieden. Auch wenn ich halt nur viert bin, fünft bin. Klar wurmt es mich. Aber ich denke, das ist eigentlich das Ziel, dass ich diesen guten Lauf erreichen kann. Und ich mache das Ganze für mich. Und das muss ich wieder ein bisschen mehr machen, weil das habe ich auch dieses Jahr sehr viel knurzelt. Und das bringt nichts, weil das bringt das auch nicht weiter. Mehr Freude haben. Genau. Wirklich mit Freude am Start stehen. Und dann wird das Resultat dann auch automatisch kommen. Freude in diesen Monaten, die zu warten, mit Flotsch, mit Schlamm, mit Schnee, mit Regen, mit Kälte, wie andere bei einem Glühwein im Stuben sitzen. Was wünscht mir eine Orientierungsläuferin, wie der Winter vor der Tür stellt? Wie aushalten, auszuhalten und ein bisschen Geduld und hat halt die gleiche Motivation. Ist auch drin, dass du einen Sollhund kennst aber auch. Ja, definitiv. Also ich bin nicht der, der im Schiff gerne rausgeht und trainiert. Aber es gehört zu meinem Job. Und es gibt dann wieder die Tage wie heute, wo das wunderschöne Herbstwetter zum Beispiel ist draussen. Oder auch ein wunderschöner Schneetag. Das ist etwas Geniales. Im Schnee können gleich zackeln. Absolut. Und das tut einem dann auch wieder belohnen. Und am Schluss am Ende ist der Trainingswinter etwas, was auch spannend ist. Um zu merken, hey, du mich verbessern, ich habe etwas, um zu arbeiten. Und ich bin natürlich schon so jemand, der sich freut, auch mal in den Süden zu gehen. Zum Beispiel im Januar oder dann auch wieder im Februar. Also das geniesse ich in den Alben schon, die Wärme zu haben. Wir wünschen dir gute Gesundheit. Beete, dass der Trainingsplan so kann Stürze und C erfolgreiche Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Wir wollen nicht nur die Medaille sehen, wir wollen einfach eine gute Leistung sehen. Judith Weider, merci vielmals beim Besuch. Merci. Für den Besuch bei uns bei Sportal HD, beim One-on-One von der Automass Zürich. Merci für zuzuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. The New Center one-on-one special, presented by Best Car Wash.